Was geht hier vor? Was ich mit der Beziehung? Nichts, Schuppert. Nur eine kleine Hilfe, schau dir die Aura. Als sie hatte meine Beziehung, sie hat die Schädelbegröcke die Schädelbegröcke. Sie hat das Gebäude genommen um mich zu entfernen. Sie hat sich die Sekhet, er hat seine Daten und ihn zu verletzen. Ich glaube, sie hat noch die Diske auf sie. Sehr gut. Nicht, dass du das auf sie sehen kannst. Du pureblood d**ch! Das war's für heute. Shit, die Auber sind mal ein paar Eier gewachsen, würde ich überhaupt nicht. Ja, aber nicht mit mir. Ja. Hallo Person im Stream. Oh, nicht schon wieder. Mann, das nervt. Wie spät haben wir's denn? Okay. Da fehlt ja auch nicht viel. Das werde ich aber zu verhindern wissen. Ja. Ja. Ja, ich denke mal den Aufzug können wir nicht benutzen bis die hier weg sind. Was ist das, dass da was nagt? Das war's für heute. Ja. 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 B, A, D und Leertaste. Ja, ist ja gut, ich sehe sie. Ich werde sie auch nicht entkommen lassen, so richtig. Ja, ist ja nicht schlimm. Man merkt, Shep is mad. Ja, ich glaube, das liegt auch an, dass ich ein bisschen viel Renegade habe in der Zeit. Ja, ich höre, das kann schlecht sein für dich. Ja, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre. Ja, ich höre, ich höre, ich höre. Ja, ich höre, ich höre, ich höre. Ach, Liara hat jetzt Tani ersetzt. So, wo geht's weiter? Da drüben. Und dann sieht natürlich aus der Entfernung wieder nichts. Nee. Okay. Ich wollte eigentlich, ich wechsle irgendwie immer Schmettern und Schockwälder auch von den Symbolen her. Ja. Ja, wieder. Auch gut, wenn man das Gebäude runterschiffen. Ja. Und da rammt in dem Fall. Okay. Wie ist dieser Kampf jetzt ewig weiter, bis ich hier weggehe, oder was? Tschüss. Ja, ich glaube, dieser Kampf ist nicht unendlich. So, dieses Mal habe ich auch die richtige Fähigkeit. Und noch jemand im Stream, hallo? Ja, ich glaube, dieser Kampf ist nicht unendlich. Ich bin der Schraub. Ich bin der Schraub. Die Schraub ist in der Schraub. Komm schon, wir können über die Vizier über die Fahrzeuge kommen. Ich kann die Schraub. Ich kann die Schraub. Ich kann die Schraub. Ich gehe zurück in die Citadel und mache einen guten Job, ich versuche. Hey, wir sind unheimlich. Wir haben nichts gesehen. Was ist das Hotel? Azur. Es ist ein Luxury-Resort mit einem Exotic-Edge. Azur ist ein Teil der Asari-Body in ein paar Bereichen der Ilium. Wo? Hauptsächlich in den Lower-Rechten, nah an der Boden. Ich habe gesagt, wo an der Asari-Body? So habe ich. So, ihr lacht doch gerade noch mehr rum. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Moment, hier sind wir falsch. Vizier, es ist vorbei. Hey! Hey, du! Komm her. Was ist dein Name? Mariana. Mariana, du willst leben, nicht wahr? Tell those people that you want to live. Please. Vizier, you don't need to do this. All you had to do was walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. A son? I hope he gets to see you again. I hope he gets to see you again. I've heard losing a parent is just horrific for children. Scars them for life. I'm going to end you, Vizier. It's okay, Liara. We'll handle it. The usual way. You want Mariana's little boy to grow up without a mommy, Shepard? Thermoclips on the ground now. Power cells too. Hiding behind a hostage, Vizier? No stomach for a real fight. Just like an Asari. Drop the Thermoclips, Shepard. You girls should really just stick to dancing. You know, play to your strengths. Drop the clips. I'm going to kill your hostage, Vizier. And then I'm going to show you how a real Spectre gets things done. You're bluffing. Now, Liara. Also, eins muss ich sagen. Vizier ist mal ein NPC-Frontkämpfer, der ein bisschen was drauf hat. Guckt euch an, wie der am Rumchargen ist. Mein Charakter, man merkt das, was man mit einer Biotikerin zu tun hat. Kann ich gerade Liara-Skill? Das hätten wir vielleicht mal direkt machen sollen. Ich glaube, für den Kollektorenstraßen ist die ein bisschen zu schnell. Was ist das? Ich hätte das mit dem Konnektorenstrahler noch mal überlegen müssen. Wenn es nicht so viel aussieht. Hier. Ist nicht die einzige, die chargen kann. Ernsthaft? Ein paar Drohnen sollen mich erledigen? Okay, es sind noch ein paar Agenten hier, aber trotzdem. Jetzt mehr ehrlich, dass sie ja, wenn du es schon nicht hinkriegst, was sollen die dann anbrechen? So. So. Oh, damn it! Damn it! Sakat's personal datapad. This has what we need to find the Shadow Broker. You're dead. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Is that why you sold out the council to work for him? You think I betrayed the council? Like Saren? Go to hell. The Broker's given me damn good Intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the Broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Sie sind so weit gegangen. Spectres don't blow up buildings filled with innocent people. Sure we do. We get our hands dirty so the council doesn't have to. The councilors might complain about our methods to soothe their consciences, but they never looked too closely. Besides, you're with Cerberus. You have any idea what your terrorist friends have done? Yeah. I know who they are and what they've done. It doesn't matter. I think it does. You want to judge me? Look in the mirror. Kidnapping kids for biotic death camps. Killing Alliance Admirals who ask questions. And you're with them. Don't you dare judge me. Don't you? You'll either. Eliminate to Sony and retrieve the data. Civilian casualties not a concern. Vizier's dead. Ich werde die Daten durch den Normandyskonten. Wir können in den Schadowbroker sein, in ein paar Stunden. Er wird wissen, um Vizier zu lange, wenn er entscheidet, um Farren zu töten. Wir werden Farren aus dem Leben, Liara. Ich versuche. Ich weiß. Du bist hier zu helfen, wie immer. Das ist nicht ein guter Ding? Als wir erst einmal mit Ontherum haben, du mich aus dem Geth schraubst. Du hast einen Krogan-Battlemaster, während ich, Coward. Jetzt, du machst es wieder. Und ich stehe auf dich für Hilfe. Das ist was Freunde machen, Liara. Ich kann uns da hin, basiert auf Sakat's Daten. Die Normandyskonten-Battle-Driven werden sie von uns verletzten. Die Schadowbroker-Agenten sind noch immer in den Weg durch Ilium. Mit Glück, sie werden nicht erkennen, dass wir uns nicht weit entfernt, bis es zu late ist. Was ist der Plan, wenn wir da hin? Gehen, gehen Farren, gehen. Und töten jemanden, die versuchen zu stoppen uns. Das ist es? Das ist es. Will du einfach ein paar Sekunden? Wir werden uns übernommen, mehrere Lichtmereien. Es gibt Zeit, um zu sprechen. Was? Du hast nicht so gemacht, seitdem ich zurückgekommen bin, Liara. Was willst du mir sagen, Shepard? Dass ich dich schraubst? Dass ich mich schuldig fühle, weil Farren getötet wurde? Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Menschen verloren. Ich habe dir geholfen, dass du zurückgekommen hast. Und ich will das gleiche für Farren. Ich sitze und spreche, wenn er sicher ist. Bis dann, die Spannung ist ein Wettbewerb zu den Mannen, der uns geholfen hat. Okay, los geht. Bis dann, die Spannung ist ein Wettbewerb zu den Mannen, der uns geholfen hat. Bis dann, die Spannung. Bin, ichуда bin. Sie sehen, die Spannung ist ein Wettbewerb. Vielen Dank.